Herzlich willkommen zurück beim FreeBSD Grundkurs. Heute soll es darum gehen, wie man auf FreeBSD Software installiert. Allem voran mit PKG. PKG ist das offizielle Installationswerkzeug von FreeBSD, um aus dem FreeBSD Repository Software zu installieren. Das ist auch das, was wir uns heute genauer angucken. Ich möchte aber noch einmal kurz umreißen, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, Software auf FreeBSD zu installieren. Neben PKG, was aus einer schier riesigen Auswahl von Software, Software installieren kann und das im Binärformat, gibt es auch noch unter FreeBSD die offizielle Ports Collection. Die ist in etwa so groß wie die Packages von PKG, vielleicht ein bisschen größer. Und darin geht es letztendlich darum, dass man Software selber kompiliert. Man hat damit pro Software einen Port auf dem Rechner, wenn man das ausgecheckt hat. Dort geht man zum Beispiel in ein Programm seiner Wahl, welches man installieren möchte, gibt beispielsweise MakeInstall ein, kriegt ein paar Abfragen, was man in seine Software mit hinein kompiliert bekommen möchte. Und dann wird das automatisch heruntergezogen, mitunter für FreeBSD noch gepatcht, dann kompiliert und installiert inklusive Abhängigkeiten. PKG macht das Gleiche, Binär. Das löst auch die Abhängigkeiten automatisch auf, aber hier hat man keine einfachere Möglichkeit zu sagen, ich möchte Flag XYZ in meiner Software mit drin haben. Es gibt zwar sogenannte Flavors, da gehen wir heute aber nicht drauf ein, aber wenn man wirklich ganz dedizierte Flags in seiner Software mit drin haben möchte, dann kommt man letztendlich um die Ports Collection nicht wirklich herum. Wie gesagt, man kann dann bei PKG mit Flavors arbeiten, wenn man das möchte. Das ist aber noch eine etwas andere Hausnummer. Ports Collection ist dann ein Thema für eine andere Folge. Wir kümmern uns heute hauptsächlich um PKG. Dann gibt es die altbekannte, unixuide Installationsart von Ich ziehe mir meine Sourcen selber und kompiliere die auch selber. Sourcen selbst kompilieren, schreibe ich da mal hin. Und wer von Linux oder anderen Systemen kommt, der kennt es. Es gibt diesen typischen Dreisatz, der aus Configure besteht. Plus Make und plus dann Make Install. Hier kann ich natürlich Software installieren, die weder im PKG drin ist, noch in der Ports Collection drin ist, oder die ich mir beispielsweise aus älteren oder neueren Versionen installieren möchte. Oder ich kann da auch ganz genau zusammenstellen, was ich denn gerne rein kompiliert haben möchte. Wer beispielsweise ein uraltes PostgreSQL braucht, der kann sich das relativ einfach von der Webseite ziehen, empacken, installieren und kann dann damit arbeiten. Das ist dann zum Beispiel im PKG nicht mehr drin. Hat aber natürlich den Nachteil, dass da keine automatischen Updates passieren, dass man sich selber darum kümmern muss, dass man selber die Abhängigkeiten auflösen muss und so weiter. Derjenige, der das macht, der weiß in der Regel auch, was er tut. Ist auch nicht Teil des heutigen Videos. Gucken wir uns auch später nochmal an. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, seine eigene Software in irgendeiner Form zu kopieren, zu installieren. Das heißt, ich schreibe mein eigenes C++-Programm und schiebe das dann an die richtigen Stellen. Ich schreibe das mal als eigene Software auf. Ist dann auch nochmal ein Tutorial für ein anderes Video, wie man das macht. Und dann gibt es noch die fünfte Möglichkeit, Installationsprogramme zu benutzen von Softwareherstellern. Man kennt das aus dem Windows- und macOS-Bereich, dass die ihre eigenen Installationsroutinen mitliefern. Unter Linux würde mir jetzt ganz spontan Qt einfallen, was seinen eigenen Installer mitbringt, womit man dann zum Beispiel eine Qt 6-Version verwalten könnte. Auf Freebies-D, ganz ehrlicherweise, fällt mir jetzt gerade keine Software an, die das wirklich macht. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Heute kümmern wir uns aber vornehmlich erstmal um PKG. Und dafür habe ich auch schon unsere virtuelle Maschine hier einmal vorbereitet. Ich habe die ausgeschaltet, weil das iPad hier sonst immer geflackert hat. Das heißt, wir schalten einmal das iPad aus. Wenn ich das Auge treffe. Und starten einmal unser Freebies-D durch. Ich habe schon ein Snapshot angelegt, damit man da jederzeit zurückrollen kann. Während die Freebies-D-Maschine startet, erzähle ich einmal kurz etwas zu PKG noch. PKG unterscheidet zwischen zwei Repositories, abgesehen von der Versionsnummer von PKG. Einmal Quarterly. Da sind ältere Pakete drin, die nur noch Sicherheits-Updates kriegen, die aber von der Versionsnummer theoretisch dann gleich bleiben. Da ändert sich dann mitunter halt das Patch-Level. Also die sicherheitskritischen Dinge werden aktualisiert. Und es gibt einmal Latest. Da ist dann die neueste Software, der neuesten Software drin. Und im Standard ist Freebies-D so eingestellt, dass es Quarterly-Pakete herunterzieht. Das wollen wir aber ändern. Wir wollen die heiße Software haben letztendlich, also das neueste vom neuen. Und wir beginnen jetzt einfach einmal. Wir loggen uns auf unserem System ein. Und obwohl PKG ein zentraler Bestandteil von Freebies-D ist, ist es im Standard nicht installiert. Das heißt, wir müssen es noch selber installieren. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit der Vorbereitung auf die Latest-Pakete. Wenn wir uns einmal unter etc-PKG die Freebies-D-Conf angucken, dann sehen wir hier, dass hier auf Quarterly gestellt ist. Wir könnten das jetzt hier an der Stelle tatsächlich auch auf Latest umstellen. Das würde auch funktionieren. Beim Freebies-D-Update kann es aber sein, dass diese Datei überschrieben wird mit irgendwelchen neuen Informationen. Wir sollten da also nicht direkt drin arbeiten, sondern uns diese Konfiguration nach User-Local-ETC ziehen und dort ändern, damit das dann auch bei Updates nachher so bleibt. Dafür müssen wir erstmal den Pfad anlegen. Und zwar, ah ne, fangen wir anders an. Wir bootstrappen uns erstmal PKG. Also wir müssen zuerst mal PKG anlegen und installieren. Dafür reicht es eigentlich PKG einzugeben und auf Enter zu drücken. Oder wir nehmen den offiziellen Weg, das wäre dein PKG Bootstrap. Einmal auf Enter. Wir werden gefragt, ob wir es herunterladen und installieren möchten. Wir bestätigen das mit Y. Und dann sehen wir, wird das aus den Quarterly-Paketen hier herausgezogen und installiert. Dann haben wir auch automatisch, weil wir vorher noch keine Software angelegt hatten, User-Local-ETC. Und da drin erstellen wir ein Verzeichnis. Und zwar heißt es PKG und da drin Repos. Und da hinein kopieren wir dann die FreeBSD-Conf und ändern die dort dann auch ab. Und zwar ändern wir hier Quarterly einfach in Latest. Und wenn wir das getan haben, dann können wir mit PKG Update uns die aktuellen Paketinformationen herunterladen. Je nach Internetgeschwindigkeit dauert das dann ein bisschen. Dann wird die SQLite-Datenbank aktualisiert. Und dann sehen wir, es sind momentan 31.276 Pakete verfügbar, die wir unter FreeBSD auf relativ einfache Art und Weise installieren können. So, jetzt wollen wir beispielsweise mal ein Paket installieren. Und eines der ersten Dinge, die ich auf einem FreeBSD installiere, ist ein vernünftiger Editor. Mit EE kann man zwar die ein oder andere Datei schon bearbeiten, aber man möchte ja doch ein bisschen mehr Komfort haben. Und zwar möchte ich jetzt den VAM installieren. Jetzt weiß ich mitunter nicht, wie dieses Paket heißt. Also möchte ich in der Lage sein, danach zu suchen. Und das kann ich machen, indem ich PKG Search eingebe, gefolgt von dem Paketnamen. Und wenn ich dann auf Enter drücke, dann sehen wir verschiedene Pakete. Vorne ist der Paketname inklusive Version. Und daneben steht dann noch einmal letztendlich die Beschreibung des Pakets. Und wir wollen hier tatsächlich Improved Version of the VI Editor Console Flavor installieren. Und dafür kann man jetzt eingeben, PKG Install, VIAM ist 8.2.4485. Die Versionsnummer ist optional. Die kann man jetzt hier eingeben, die kann man aber auch einfach weglassen. Dann wird VIAM in der Versionsnummer, die dort angegeben ist, installiert. Wir sehen aber, es gibt verschiedene Flavors. Wir können beispielsweise die GTK 2 Version von VIAM installieren oder GTK 3 oder Motive und kriegen dann auch den grafischen VIAM. Das zieht dann mitunter aber etliche andere Abhängigkeiten, beispielsweise vielleicht ein X.org oder die GTK Libraries oder was weiß ich was mit. Das wird von PKG wunderbarerweise automatisch aufgelöst und installiert. Wir installieren das aber jetzt einmal so. Dann wird uns gesagt, wir haben ja jetzt von Quarterly auf Latest geändert, da gibt es eine neue PKG Version, das wird zuerst mal PKG aktualisieren. Das bestätigen wir mit Y. Dann wird das heruntergeladen und aktualisiert. Also PKG wird auch immer automatisch mit aktualisiert. Das ist also kein Problem, muss man sich nicht selber drum kümmern. Und dann bekommen wir angezeigt, was denn hier alles an Abhängigkeiten noch dazu installiert werden muss. Also für VIAM brauchen wir Readline, Python, mp-dezimal, libffi, indexinfo und gettext. Dann können wir sagen, wir wollen das haben. Wir sehen auch noch, okay, auf der Platte brauchen wir 170 MB in etwa mehr und 31 MB werden runtergeladen. Wir bestätigen mit Y und Enter. Dann müssen wir ein wenig warten. So, die Pakete wurden heruntergeladen, werden jetzt extrahiert und installiert. Das dauert immer ein wenig. Und dann kriegen wir noch Nachrichten gegebenenfalls von verschiedenen Packages. Das heißt, die Package-Maintainer, die schmeißen dann noch in die Installationsroutinen vom Paket mit rein wichtige Hinweise, die man mitunter beachten sollte. Oder noch kleine Anleitungen, je nachdem, was man installiert, was man sich dann noch mal tunlichst durchlesen sollte. So, probieren wir es einmal aus. Wir sehen, wenn ich VRM eingebe, ist das installiert und kann genutzt werden. Wir haben ja jetzt gesehen, ich musste jetzt bestätigen, wenn ich VRM installiere, dass ich es installieren will. Dafür musste ich ja dann auf Y drücken. Das kann ich hier auch mit übergeben. Dann wird das automatisch im Hintergrund installiert. Ich kann in der Zeit meinen Kaffee kochen oder was anderes machen, ohne dass dann zuerst vielleicht der Kram runtergeladen wird und dann noch mal gefragt wird. Hier wird einfach letztlich alles mit Ja bestätigt. Da liegt aber jetzt auch die Problematik an der ganzen Sache. Da sollte man tunlichst mit aufpassen, das nun dann machen, wenn man genau weiß, was man tut. Denn dieses Y oder Minus Y bestätigt alle Fragen mit Ja. Auch, ob Pakete gelöscht werden sollen. Das bedeutet, beispielsweise habe ich ein Programm mit einer Abhängigkeit von PostgreSQL, beispielsweise Redmine. Und ich aktualisiere das jetzt oder ich installiere eine ganz andere Software mit Y und die braucht eine ganz andere PostgreSQL-Version, dann würde jetzt dieser Befehl dann auch tatsächlich hingehen und mir diese PostgreSQL-Version installieren und die alte weglöschen. Also da sollte man ganz doll mit aufpassen, was man da macht. Also nur dann benutzen, wenn man es auch benötigt. Wenn ich mir jetzt anzeigen möchte, welche Pakete denn schon auf meinem System installiert sind, dann kann ich das mit PKG-Info einfach machen. Und dann sehe ich hier, sind diese Pakete bereits installiert. Ich kann aber auch PKG-Info-VAM eingeben und kriege dann nochmal alle Dinge angezeigt, die mit in diesem Paket da drin sind. Also die dieses Paket ausmachen, welcher Flavor es hat, aus welchem Repo es ist und wie groß es ist, eine Beschreibung und so weiter und so fort. Wenn ich das Paket jetzt nicht mehr benötige, dann kann ich einfach mit PKG-Delete-VAM das Paket wieder löschen. Ich muss das mit Enter bestätigen. Jetzt sehen wir aber, dass nur das Paket gelöscht wird, aber nicht die Abhängigkeiten. Wenn ich noch die Abhängigkeiten mit löschen möchte, dann muss ich ein PKG-Auto-Remove machen und das auch nochmal bestätigen. Ich breche das mal kurz ab und zeige mal, dass das mit minus Y dann auch vollautomatisch funktioniert, ohne dass ich da in irgendeiner Form irgendwas installieren oder irgendwas bestätigen muss. Was wir jetzt einmal machen kurz, um den Upgrade-Prozess zu zeigen, denn ich kann auch immer meine Pakete aktualisieren mit PKG, ändern wir jetzt nochmal unter User-Local-ETC-PKG-Repos-FreeBSD von Latest auf Quarterly. Ich mache ein PKG-Update. Wenn PKG-Update sagt, ich habe mich ja letztens erst geupdatet, ich brauche das jetzt nicht, aber ihr der Meinung seid, das soll es tun, gibt es noch das Flag-F. Das bestätigt dann, dass ihr den Befehl wirklich ausführen wollt, also macht ein Forcing letztendlich. Ich habe mich irgendwo verschrieben. Ich sehe es gerade nicht, also kopiere ich einfach die Datei hier nochmal da flott hin, Bevor ich noch einen Fehler suche. So, und dann installieren wir nochmal VAM, diesmal automatisch. So, dann haben wir jetzt auch wieder VAM installiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die neueste Version ist. Ich habe das vorher nicht ausprobiert, ob wir es dann gleich aktualisieren können. Probieren wir es einfach mal aus. Aber bevor wir aktualisieren, noch eine wichtige Sache. Pakete können natürlich sicherheitsrelevante Probleme mit sich bringen und kriegen. Dafür gibt es mit PKG den Audit-Befehl. Und mit PKG Audit minus groß F können wir uns einmal eine Datei runterladen und einmal durch unsere Pakete durchgehen und prüfen, ob die sicherheitsrelevante Änderungen haben. Das sollte man regelmäßig tun, wenn man nicht sowieso regelmäßig updatet oder updaten möchte. Und dann sieht man, okay, Paket XYZ hat ein paar Sicherheitslücken und dann weiß man, okay, das sollte ich jetzt mal schnellstmöglich aktualisieren. Hier sehen wir, jetzt haben wir keine. Wir ziehen uns mal die neuesten Paketinformationen, weil wir haben jetzt auf Latest umgestellt und gucken mal, ob wir dann die Pakete auch aktualisieren können. Und das würde mit PKG Upgrade funktionieren. Auch hier gibt es wieder Y minus Y, damit das automatisch geht. Vorsicht, auch da, alte Software kann deinstalliert werden, neue kommt drauf, eure Datenbanken oder anderen Dinge funktionieren nicht mehr. Seid vorsichtig damit. Und ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr beispielsweise einen Datenbank Upgraden macht, dass ihr vielleicht vorher ein Backup macht, die Datenbank vernünftig runterfahrt, dann erst das Upgraden macht und dann die Datenbank wieder hochfahrt oder migriert oder was auch immer. Seid immer vorsichtig mit diesen Automatismen. Wir geben das einfach mal ein und wir sehen, okay, es gibt eine neuere Version von VAM, es gibt eine neuere Version von Readline und auch von Python 3.8. Er fragt uns, ob wir das upgraden wollen. Das bestätigen wir. Das wird dann heruntergeladen und installiert und dann haben wir tatsächlich auch die neueste Software auf der Maschine, die uns das Freebies-D so bereitstellt. Eine wichtige Sache noch unter, ich glaube, war, nee, Cache, PKG, liegen alle Pakete, die ihr mit PKG irgendwann mal installiert habt. Die bleiben da auch liegen. Das heißt, je nachdem, wie groß eure Installation ist, so groß wird dann halt auch tatsächlich dieses Verzeichnis hier. Und da habt ihr die Möglichkeit, das aufzuräumen und zwar mit PKG Clean und dann fragt es, soll ich hier diesen ganzen Kram löschen? Und dann könnt ihr sagen, ja. Ihr könnt das natürlich drauflassen. Das ist dann ganz toll, wenn sich beispielsweise ein paar Pakete ändern und dann müssen aber diese Pakete auch mal neu installiert werden. Dann müsst ihr die nicht mehr aus dem Internet herunterladen und die liegen dann da schon im Cache und dann werden die auch aus dem Cache installiert. Das spart dann halt Zeit und Bandbreite. Ich hatte aber auch schon erlebt, dass auf meinem Desktop-System das Ding mal 60, 70 GB groß war und bei SSDs möchte man das vielleicht dann doch nicht liegen lassen und dann kann man auch regelmäßig mal aufräumen. Wenn die Pakete wieder benötigt werden zur Installation, werden die dann automatisch heruntergeladen und dann auch wieder installiert wie gehabt. Dann braucht ihr halt ein bisschen Zeit und Bandbreite dafür. Das sind so die wichtigsten Befehle bei PKG. Ihr könnt natürlich in den ManPages auch gucken und euch die einfach mal durchlesen. Ich glaube, wenn man dann man pkg-install eingibt, dann sieht man auch die einzelnen Befehle. Da müsst ihr dann immer ein Minus mit dazu eingeben. man pkg-upgrade und dann seht ihr halt, was macht das, welche Flagskips und so weiter. Das wäre das. Eine Sache, die kann ich jetzt nicht, oder doch, die könnte ich zeigen, wenn ich pkg-delete via m, ah, jetzt haben wir die Pakete dummerweise runtergelandet. Dann zeige ich noch zwei Sachen. Machen wir mal pkg-delete minus vrm und pkg-auto-remove. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Fetch-only, mit der Fetch-only-Option Pakete nur herunterzuladen, aber nicht zu installieren. Wir haben die aber schon heruntergeladen, weil die liegen schon in var-pkg, äh, cash-pkg drin. Und es gibt dann die Möglichkeit, wenn man dieses Fetch-only weglässt, also so hat man schon mal die Pakete runtergeladen. Das mache ich manchmal, wenn ich noch arbeite und weiß, okay, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, dann will ich installieren und will ich aber hier nicht noch sitzen und ewig die Sachen runterladen. Deswegen, während ich arbeite, lasse ich den Kram schon mal runterladen, will es aber nicht installieren, weil ich ja noch arbeite und ich nicht will, dass mir zum Beispiel xorg abgeschossen wird oder sonst was. Dann lade ich die runter und kann die dann, wenn ich dann das hier wegmache, runterladen und meistens mache ich dann und hold minus p, dann wird der Kram installiert und runtergefahren. Das kann ich beispielsweise machen oder ich kann auch, ich gehe mal nach var-cash-pkg und dann gucken wir mal hier gibt es ja zum Beispiel get-text. Ich kann mit pkg-at-Pakete auch händisch installieren. Jetzt sehen wir hier, gibt es Field Index Info, da wird nicht automatisch dann, wenn nicht automatisch die Abhängigkeiten aufgelöst, die müsste ich dann händisch installieren. Dann könnte ich get-text installieren, dann könnte ich read-line vielleicht installieren. dann könnte ich noch Python installieren. Also wenn ihr dann Pakete bekommt von anderen, hier fehlt noch lib-ffi, von anderen Herstellern, die nicht in diesem Podstree mit drin sind, dann könnt ihr die auch immer händisch installieren. ich zeige das mal, so Beispiel Soft. Und dann wäre das auch alles installiert. Hier müsst ihr euch dann um die Abhängigkeiten natürlich selber kümmern und wenn die Software nicht in diesen Tree, in diesen Package-Tree eingepflegt wird, dann müsst ihr euch natürlich auch um Abhängigkeiten selber kümmern. Es gibt noch vielleicht eine wichtige Sache. Wenn ihr beispielsweise Software aktualisieren möchtet und es wird ein Paket aktualisiert, was ihr aber aus verschiedenen Gründen nicht aktualisieren wollt, dann gibt es die Möglichkeit, es zu locken. Und zwar mit dem PKG-Lock-Befehl. Wenn man den einfach mal eingibt, dann sieht man hier die ganzen Parameter. könnt ihr beispielsweise via M-Locken. Dann werdet ihr gefragt, wollt ihr das locken? Und dann wird das tatsächlich auch nicht mehr angefasst. Wieder beim Upgraden, ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr löschen dann. Ich probiere es mal kurz, weil ich es nicht drin habe. Genau, das ist, weil es dann gelockt ist, ist es nicht mehr einfach so löchbar. Das heißt, ihr könnt damit ein bisschen eure Installation absichern, dass da nicht aus Versehen irgendwas überschrieben wird, also aktualisiert wird oder gelöscht wird. Das kann natürlich dann beim Aktualisieren in die Hose gehen, dass die restlichen Pakete sich aufgrund von Abhängigkeit, Wirrwarr, nicht aktualisieren lassen. Das wäre es erstmal jetzt zu diesem PKG gewesen. Es gibt noch etliche andere Sachen, die ihr machen könnt, ja beispielsweise verschiedene Flavors installieren oder, oder, oder. Mehr möchte ich hier aber nicht zeigen. Ich möchte aber noch einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr jetzt kein installiertes FreeBSD habt, aber mal wissen möchtet, welche Packages gibt es denn eigentlich so? Gibt es die Webseite freshports.org und da drauf seht ihr alle, ja, in FreeBSD vorhandenen Ports und die sind in der Regel auch halbwegs deckungsgleich mit den Packages und hier drin könnt ihr dann beispielsweise auch suchen. Ich suche mal nach VRM und dann bekommt ihr hier tatsächlich auch die ganzen Pakete angezeigt, die ihr dann installieren könnt und so könnt ihr euch dann schon mal vorher einen Eindruck darüber verschaffen, ist denn meine Software, die ich so tagtäglich benutze, mit bei FreeBSD dabei, muss ich mir da Sorgen machen oder kann ich auch FreeBSD selber einsetzen. Das soll es zu diesem Video mal gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo es ein wenig um die Ports Collection geht, es wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich das ein wenig mehr vorbereiten muss und dann vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst. Tschüss!